911, hier Notrufkoordinator 625, die Adresse Ihres Notfalls. Haben Sie getrunken? Gut, Emily, ich lege auf. Ist da jemand bei Ihnen? Wen, denkt er, rufen Sie an? Ihr Kind? Okay, Emily, ich werde Ihnen nur Ja und Nein Fragen stellen. Kennen Sie den Mann, der bei Ihnen ist? Hat er eine Waffe?